Ich hoffe es geht Leute, mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Ich würde sogar sagen, eine meiner Homies ist nicht so sehr am Leben. Müdigkeit? Ja. Aria ist seit acht Tagen, nee gar nicht. Seit wie lange sind wir wieder da? Seit drei Tagen oder so. Dauer müde. Ja, Todes. Also ich bin auch müde, aber ich glaube dich hat es nochmal mehr... Jetlag. Gejetlagged. Aber dazu kommen wir gleich. Wir waren ja weg. Aber zusätzlich wollte ich diese Tagesfliege verfluchen, die die gesamte Nacht sich die ganze Zeit immer wieder entweder auf mein Knie oder auf meinen Ellenbogen gesetzt hat. Diese eine Tagesfliege? Ja, gestern. Also nicht jetzt so über einen Kurs von längerer Zeit. Eigentlich einen Tag höchstens, oder? Ja, genau. Oder eine Nacht. Ja, je nachdem. Leben die 24 Stunden? Ich glaube, oder die leben halt kurz und deswegen sagt man Tagesfliege. Ja. Das ist ja weird, wenn jeder von denen genau 24 Stunden... Ja, also... So, Zeit zu gehen. Ich klinke mich dann aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Achso, ja, zum nächsten Mal. So geht es nicht. Okay, hat sie dich am Schlafen gehindert? Ja, Todes. Ich bin immer wieder davon einfach aufgewacht. Ich habe immer wieder so... Ich finde komisch, dass die das generell immer machen, weil... Also irgendwas muss ja sein, dass die sich denken, hm, der Körper von Aria in dem Fall ist viel bequemer. Hey, hör auf, hier. Falsche Assoziation. Wie jetzt? Hier die Welt zu rufen. Also, als wäre ich lecker für Fruchtfliegen. Achso. Okay, aber irgendwie scheint das ja der Fall zu sein, oder? Diese eine Fliege. Okay, irgendwas hat sie angesahnt. Vielleicht fand sie mich einfach attraktiv oder sowas. Uh, who's that guy? Aber obwohl immer wieder... Weil das ist eigentlich voll das Commitment. So, die landet immer wieder irgendwo und immer wieder kommt so eine überdimensionale Hand und macht so... Bro, ich schwöre, genau das habe ich gedacht, weil ich war so, warum ist es der so sehr wert, dass obwohl sich so der Boden bewegt sich auf einmal so, diese überdimensionale Hand kommt und so, kommt trotzdem und sagst so, nee, nee, ich versuche es einfach nochmal. Aber da ist es schon besser. Ich war schon siebenmal da und siebenmal gab es Erdbeben. Aber irgendwas sagt mir, ich muss da wieder hin. Und hast du sie dann letzten Endes besiegen können? Nee, weil, weißt du warum? Weil das Ding ist, also erstens, ich habe geschlafen. Okay, ja. Das heißt, ich war jetzt nicht so bei voller Kapazität. Für manche, die diesen Podcast kennen, wissen, ich war früher mal als Kind professioneller Fliegenfänger. Professionell bedeutet, er hat von den Erwachsenen irgendwie ein viertel Dollar bekommen. Ich weiß nicht, was du gekriegt hast. 50 Cent. Okay, ja, quasi. Genau, pro lebendige Fliege, die ich aus dem Haus befördert habe. Aber jedenfalls war ich halt erstens nicht in meiner vollen Kapazität. Zweitens, es war eine junge Fliege. Aber das ist doch eine Tagesfliege. Ja, die können ja auch jung sein. Also, vielleicht ein paar Stunden. Das kannst du erkennen. Ah ja, die existiert erst seit 10 Minuten. Naja, also Fliegen werden ja auch größer. Also, am Anfang sind die ja super, super klein. Ja. Die können noch gar nichts. Aber dann werden sie ein bisschen größer. Dann sind sie so Teenager oder so junge Erwachsene oder so. Weißt du, was ich meine? Und da sind die richtig in ihrer Prime, weil die sind richtig schnell, wenn die in dem Alter sind. Okay. Also Alter, wenn die in der Stunde sind. Weißt du, was ich meine? Aber es ist, also das kannst du erkennen, nachts, wenn du am Schlafen bist, so im Dunkeln. Ach so, nee, es kommt ja ein bisschen Sonnenlicht rein. Sonnenlicht? Wann schläfst denn du? Es wird ja schon um 4 Uhr hell oder so. Ah, und da ist sie dir erst aufgefallen? Ach so, und nee, und ich habe auch so eine LED-Leuchte, die war nachts an, ja. Ah, okay, okay. Und dadurch kannst du erkennen, ah, okay, die ist 5 Stunden alt. Die ist so ein Teenager-Alter. Weil das Ding ist, diese so 70-jährigen Fliegen, mäßig in Menschenjahren, Menschenjahre umgerechnet, die sind so richtig langsam. Die sind auch schon dann ziemlich korpulent in dem Alter. Die haben ihre volle Größe erreicht und die sind so viel, viel langsamer. Die kannst du voll so, deine Hand kommt schon und so, du hast die schon fast und dann fangen die an zu fliegen. Die anderen Liga, die haben zehnten Sinn. Die sind so, bevor du überlegt hast, ich nehme dich jetzt. Ist die schon weg? Ja. Okay, krass. Und deswegen, und für die, nicht, dass ich die nicht auch hinkriegen würde, aber da brauche ich halt meine volle Konzentration, die hatte ich halt nicht. Ah. Ja. Teenager wegzuslappen. Genau. Fliegen. Teenager fliegen. Teenager fliegen. Okay, das heißt, sie hat quasi, ist eigentlich voll krass, sie hat es geschafft, ihr ganzes Leben lang dich so abzufacken. Ja. Ey, ich kam mir auch richtig vor wie in dieser Breaking Bad Folge. Mit der Fliege? Ja. So, ich hab, ich hab das in dem Moment, ich hab die ganze Zeit am Breaking Bad gedacht so. Aber voll komisch, ich schlafe, wache kurz auf, denke an Breaking Bad. Mhm. Verfluche die Fliege, schlafe wieder. Mann, ey. Ja, Mann. Ich darf mich nicht beschweren, weil ich bin mega blessed, weil Mücken mögen mich einfach nicht. Und das ist das viel Wichtigere. Ah, okay. Ja, und einmal so eingesperrt mit einer Fliege. Ich frage mich, ob vielleicht kam die auch nur nicht raus oder so. Und deswegen hat die mich genervt. Ah, so, mach mal auf jetzt. Ach so. Es ist ihr ganzes Leben eingesperrt. Nein. Aus der Sicht habe ich es noch nie gesehen. Ach. Und so alle für sie so 15, 20 Jahre so, ich probiere den Riesen nochmal. Apropos fliegen. Ja. Ach so, ja. Wir waren über die letzten, boah, ich habe so eine verschobene Zeitwahrnehmung gerade. Wir waren eine bestimmte Menge an Zeit. Ja, eine bestimmte Menge an Zeit waren wir nicht in Deutschland, sondern in the US and A. Nee, wir waren in Amerika und waren auf der Comic Con. Ja, Mann. Die internationale Messe für alles rund um das Thema. Ich zögere es gerade hinaus. Weil die Definition nicht so ganz klar ist. Ja, weil so, es heißt Comic Con. Aber da sind nicht nur Comics. Nee, da ist ja, das ist eigentlich alles, was wir cool finden, mehr oder weniger, ist da. Also, eigentlich müsste es Nerd Con oder sowas heißen. Ja. Oder A-Con. Ja, A-Con wahrscheinlich. Der Sänger. Ja. Nee, aber ich meine, da gibt es alles von so Marvel, was Comics ist und DC. Ja, okay. Star Wars. Genau, was ja später erst auch Comics hat, aber so halt auch den Nicht-Comic-Teil gibt es da. Ja. Es gibt Anime. Anime, genau. Avatar, Herr der Elemente gab es da. Und es gab etwas, wofür wir da waren. Nämlich, wir waren da für die neue Der Herr der Ringe-Serie. Hashtag not sponsored. Ja. Muss ich nochmal dazu sagen. Jetzt gerade zumindest nicht. Damals haben die uns, war das eine Kooperation, dass wir da hinkonnten. Aber das wird gerade einfach nur so erzählt, ne. War fresh. War todes krass. Ja, Mann. Also ich wollte schon immer mal in meinem Leben auf die Comic-Con gehen. Mhm. Es war auch mein erstes Mal. Und es war schon heftig, wie viele Gleichgesinnte da waren. Also alle waren so passioniert bezüglich Comics und Filme und Serien und diesen ganzen Stuff, den wir halt feiern so. Und inzwischen ist das zwar relativ Mainstream, dass man sowas feiert. Nicht so wie vor etlichen Jahren, da war das nicht ganz so cool. Inzwischen ist das sogar relativ cool, wenn man sowas feiert. Aber ich habe das Gefühl, dass das immer noch nicht eine der coolsten Sachen auf der Welt ist. Also es gibt schon noch coolere Sachen. So Rapper sind vielleicht ein bisschen cooler. Oder so Sportler oder sowas. Und da hatte ich aber das Gefühl, war jeder so richtig so richtig proud. So richtig stolz drauf, dass die so Fans von irgendwelchen Sachen sind. Und die haben sich ja auch irgendwie voll crazy angezogen. Es gab Millionen Cosplayer, die sich mit richtig heftigen Outfits auch noch nie so viele Cosplays auf einem Haufen gesehen. Jede erdenkliche Serie, Comic, Film, Anime, also alles gab es da in irgendeiner Form. Es war einfach extrem viel auf einmal. Es waren super viele Eindrücke. Du wusstest, wir wussten dauerhaft die ganze Zeit gar nicht, wo sollen wir hingucken? Ja, ja, voll. Du hast eigentlich so eine Google-Maschine, diese mit der Kamera, die so die Straßen erfassen, 360 Grad. Street View? Ja, so eine Street View-Kamera hättest du da eigentlich gebraucht. Ah, damit du im Nachhinein nochmal alles angucken kannst? Ja, stimmt. Also ich bin auch der Meinung, wir haben nicht alles gesehen, obwohl wir da... Ja, mehrmals rumgelaufen, alles durchgelaufen sind und so. Also erstens, ich habe gestern Simpsons geguckt. War einfach so eine Comic-Con-Folge. Ah, okay. Da wünscht sich so der Comic-Verkäufer aus Simpsons, sagt er so, ich sage schon seit 25 Jahren, dass ich nächstes Jahr zu Comic-Con gehe, aber wann gehe ich endlich? Und dann geht er halt da hin und so und das war richtig lustig irgendwie so, weil wir gerade da waren und dann so alles da gesehen haben und der geht so durch denselben Prozess und dann war er auch in Hall H. Ah, geil. Und all diesen Scheiß und... Für die, die das nicht wissen, Hall H ist so, also Halle H, das ist einfach, ich glaube, das ist einfach die größte Halle auf diesem Messegelände, wo das immer stattfindet und da werden immer so die riesigen Sachen angekündigt. Also bestimmt habt ihr schon mal gesehen, wenn zum Beispiel Marvel, was jetzt auch passiert ist übrigens, die neuen Phases ansagt, also quasi so, was die in den nächsten Jahren vorhaben, was für Filme und so und dann kommen so etliche Personen auf die Bühne, die in den Filmen mitspielen und da sind immer so tausende Fans und die jubeln halt und weiß ich was. Und da hatten wir das Glück, dass wir da hinkonnten und das war ziemlich fresh. Ja, Mann. Wir durften auch einfach mal so mit dem, also eines der Gründe, warum wir da waren, war, dass wir uns dann mit dem Cast von der Herr der Ringe Serie zum Essen treffen durften. Also die Ringe der Macht heißt die neue Serie. Genau. Und es war einfach richtig krank, weil es war so eine riesige Halle, die übertrieben heftig dekoriert wurde, einfach so. Also innen drin saß halt einfach so ein bisschen so angelehnt an Mittelerde und da waren so zwei echt große, riesige, lange Reihen Tische aufgestellt mit so richtig königlichem Essen. Ja, wir konnten zusammen essen und dann miteinander reden, war auch auf jeden Fall eine mega coole Experience. Extrem. Es sind auch weniger coole Sachen passiert. Was ist weniger cool passiert? Zum Beispiel bei der Einreise. Achso. Ja. Also, ihr könnt es euch schon denken, wir haben es des Öfteren schon immer wieder angesprochen, wenn Aria irgendwo einreist, dann wird der meistens rausgezogen. Und wir sind ja jetzt in Amerika eingereist, das Land, ich glaube, eines der schwersten Länder, also eines der Länder, wo die Border Patrol irgendwie am strengsten ist. Strengsten ist, ja. Und ja, kannst du ja mal erzählen, was passiert ist. Ich glaube, ich muss jetzt einfach eigentlich so damit immer rechnen, so, dass ich abgefuckt werde, wenn ich nach Amerika gehe, weil es jedes Mal passiert ist. Wir sind halt rein, so, es war auch recht leer und alle sind so richtig friedlich durchgegangen. Und ich habe mich so richtig gefragt, kann es denn sein, dass ich einfach mal durchlaufen kann? Ja. Ich dachte es auch, weil es war wirklich, als wir rausgekommen sind, war irgendwie niemand da. Ja. Und ich bin halt auch durch und so, hey, how's it going? Okay, bye, thank you. Und ich bin einfach durch. Did you bring something? Ja, ja, genau, in so zwei Sekunden war ich durch einfach und ich warte da so auf Aria draußen und ich denke mir so, es kann gar nicht sein, dass er so lange braucht. Irgendwas muss passiert sein. Ja, ja, also weil ich bin zu dem Dude hingegangen, war erst mal todesunfreundlich. Er war unfreundlich. Ja. Das klang gerade so als du. Achso, nee, nee. Achso. Ich bin zum Dude hingegangen, war todesunfreundlich. Achso, nee, nee. Er war so todesunfreundlich, hat sich so meinen Pass angeguckt und dann ging es immer irgendwie länger. Dann war ich so, da gibt es nicht so viel zu gucken, was geht denn? Ja. Dann habe ich es mir schon gedacht, hat er so seinem Kollegen zugewinkt. Der kam, hat mich abgeholt, irgendein Hinterzimmer. So, ja, setz dich hin, keine Handys, bababab. Und dann. Keine Handys? Ja. Echt? Ja. Warum das? Keine Ahnung, ich durfte mein Handy dort nicht benutzen. Ah, fuck, Mann. Hättest du eigentlich genau dann direkt auf Aufnahme schon drücken müssen oder so? Ja. Achso, ja. Keine Handys, nein. Keine Beweise, bitte. Ja, nichts. Und dann hat er angefangen, sich so die ganze Zeit meine Sachen anzuschauen. Und dann hat er angefangen so zu fragen, so, ja, was machst du? Warum bist du hier? Ja, habe ich gesagt, Comic-Con und so. Ja, okay, dies, das. Was machst du? Ja, ich mache das und das. Okay, was ist deine Firma? Ich so, welche Firma? So, was ist dein Produkt? Was ist dein Produkt? Zeig mir deine Webseite. Ich so, was für eine Webseite, Mann. Ich habe kein Produkt. Was willst du von mir? Ja, der hat immer wieder irgendwie merkwürdige Fragen gestellt, die nicht so richtig Sinn ergeben haben. Also, der wurde auch immer lauter. Da hat er irgendwann geschrien und so, ja, dann hol dein Social Media raus, zeig mir. So, ah, das bist du? Ja. Jo, kein Grund. Was ist denn mit dir los, Mann? Dann musste ich nochmal zu so einem extra Gepäckcheck und dann... Duftst du durch? Ja. Oh Mann. Ist ein schönes Willkommensgeschenk immer so. Ja, ja, voll. An manchen Orten bekommst du so ein kleines Handtuch in heißes Wasser getunkt. Da kriegst du ein bisschen... An welchen Orten passiert das? So ein Restaurant oder so. Achso, ich dachte so bei der Einreise von... in irgendein Land. Ja, wobei in Malediven war das... Ja, okay, nee, das war auch im Hotel. Ja, als ob... Du reist so einfach ein und at the border einfach so... Hier, bitteschön, verstehe nicht? Ein heißes Handtuch für Sie. Ein heißes Handtuch für Sie. Und Ihr Flugticket. Weiter geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Der heutige Sponsor ist WOW. Wow. Der Streaming-Anbieter, der früher mal Sky Ticket hieß und sich von einer Raupe zum wunderschönen Schmetterling entwickelt hat, der nun jetzt WOW heißt. Ah, wie hieß er vorher? Äh, Sky Ticket. Dort gibt es einige der unserer Meinung nach besten Filme zu streamen, wie beispielsweise Spider-Man No Way Home, den ihr dort jetzt gerade exklusiv streamen könnt. Und sogar einige der besten Serien, wie zum Beispiel Game of Thrones oder den Game of Thrones Spin-Off, den es bald geben wird, House of Dragon. Außerdem noch Filme wie House of Gucci mit Adam Driver und Lady Gaga. Es gibt bald eine Tony Hawk-Doku. Generell hat WOW ein ziemlich nices Doku-Angebot, wo es auch unter anderem Dokus von HBO und BBC zu sehen gibt. Falls euch das interessiert, könnt ihr einfach auf wow.tv.de gehen oder den Link in der Infobox anklicken und euch einfach mal das Startangebot gönnen, bei dem ihr Serien und Filme für nicht mal ein Zehner im Monat bekommt. Und ihr könnt das Angebot natürlich jederzeit monatlich kündigen, falls euch das dann doch irgendwie nicht mehr interessieren sollte. Also eigentlich spricht wenig dagegen. Das heißt viel dafür. Danke dafür, Ari. Und weiter geht's mit dem Podcast. Es ist halt auch voll kacke, wir waren in San Diego und das ist nicht allzu weit von San Francisco. Und wir haben voll mit den Gedanken gespielt, ey, wollen wir da irgendwie noch hin? Einfach nur, weil, also alle, die den Podcast kennen, wissen, dass wir uns immer bei San Francisco verabschieden am Ende. Den eine gute Nacht wünschen aus irgendeinem Grund. Und das wäre eigentlich voll cool gewesen, da eine Podcast-Folge, so eine Spezialfolge aufzunehmen. Aber unser Zeitplan war so eng, dass das irgendwie nicht geklappt hätte. Ich hoffe, wir schaffen das noch irgendwann mal. Ich weiß nicht, wann das nächste Mal sein wird, dass wir so random nach San Diego gehen. Ja, beziehungsweise nach San Francisco dann. Oder so. Hoffentlich. Ja, das kriegen wir schon irgendwann hin. Hat dich irgendwas überrascht an San Diego? Also, es war auf jeden Fall verrückt zu sehen, dass mehr oder weniger die komplette Stadt San Diego sich so Kamekan angepasst hat. So, überall waren Superhelden-Sachen und Plakate von irgendwelchen neuen Serien und Filmen. Aber so wirklich die gesamte Stadt, ich glaube halt einfach, dass das so ein großes Touristending ist, weil das findet halt immer in San Diego statt. Und dass die Stadt quasi das einfach mitnimmt. Darauf vorbereitet ist. Genau, darauf vorbereitet ist und das so mitzelebriert. Und plötzlich waren so Restaurants, die, glaube ich, normalerweise keine Superhero-Theme-Restaurants sind, haben dann so alles voll mit Deko gehabt. Sogar deren Karte war so neu designt. Genau, die hatten so ein Menü, was so Comic-mäßig war und so Sachen. Ja, war auf jeden Fall echt crazy zu sehen. Das heißt, das richtige San Diego haben wir so gesehen dann gar nicht mitbekommen. Also, wie es aussehen würde, wenn nicht Comic-Con gerade war. Genau, sondern wir haben so diese abstrahierte Comic-Version gesehen. Ja. Aber ich muss sagen, die feiere ich. Das war extrem krass. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich die Version sogar mehr feiere als die nicht Comic-Con-Version. Eine Version, wo überall Superhelden-Stuff ist? Ja, natürlich. Achso, ja. Kann natürlich auch sein, wenn du jetzt da wohnst, dass es so viel zu viel wäre für dich, wenn das das ganze Jahr über wäre. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, du musst auch bestimmt irgendwann mal, weil es ist schon wirklich Ausnahmezustand. Es ist schon echt Ausnahmezustand. Also, das muss man mal gesehen haben. So, voll viele Straßen waren abgesperrt und tausende Menschen, die da so irgendwie in Kostümen rumlaufen und irgendwelche Sachen kaufen. Autos konnten auch gefühlt irgendwie so viel zu langsam immer Straßen überqueren, weil dann dauerhaft einfach Leute rumgelaufen sind. Und alles voll in Kostümen, alles todeslaut. Ja. Überall lief Musik und was auch immer. Ja, man war auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung. Das fast schon Schönste für mich war, dass wir am letzten Tag noch geschafft haben, so richtig heftig mexikanisch essen zu gehen. Uh. Leute, also erstens, komm schon, was ist denn mit unseren mexikanischen Restaurants hier in Berlin? Wir haben einfach, gibt es nicht ein paar mexikanische Homies, die Lust haben, hier ein bisschen das Game zu revolutionieren? Das Ding ist halt, wir sind so weit von Mexiko entfernt. Da, wo wir waren, San Diego, das grenzt an Mexiko, an Tijuana, kurz, glaube ich, ausgesprochen. Und da wohnen halt auch sehr viele Mexikaner. Und wie gesagt, die Kultur ist halt nicht weit entfernt so. Ja. Ja, ich meine, wir sind umzingelt von anderen europäischen Ländern. Also, selbst unsere Nachbarn haben damit nichts zu tun. Ja. Ja. Aber ich meine, es gibt ja auch gute Ramen oder Sushi hier. Klar, es gibt mehr Asiaten hier, aber es wird doch so einen Mexikaner oder Mexikanerin hier geben, zum Beispiel in Berlin, die es so richtig drauf hat, die einfach noch keinen Laden aufgemacht hat. Ja, das kann sein. Und das war ein Appell an diese Person. Ja, bitte jetzt aufmachen. Ey, weil, ey, ich sag's euch, Mann. Also, erstens, das, was man hier meistens als mexikanisch findet, ist eigentlich nicht wirklich mexikanisch. Also, ja, so 20 Prozent vielleicht oder 15 Prozent von dem. Wenn überhaupt. Also, die Salsa ist ganz anders. Salsa hier ist so, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr zurück, so, Salsa hier ist vor der Joke. Ja, Mann. Also, ich sag nicht, dass es nicht auch lecker schmecken kann, aber eigentlich ist es keine Salsa, das ist irgendwas anderes. Ich weiß auch nicht, ich weiß generell bei den meisten Sachen irgendwie, ich hab halt alles hinterfragt, was ich hier jemals gegessen hab. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ey, Leute, ich sag's euch, das war, das war auch so ein Michelin-empfohlenes Restaurant, glaube ich, so von Michelin-Stern. Also, ich weiß nicht, ob es einen Stern hatte, aber ich glaube, es war empfohlen. Also, es war einfach ein sehr gut bewertetes Restaurant. Genau. Und wir hatten unseren mexikanischen Homie sogar mit dabei, Eddie Scabeche. Ja, Mann, den haben wir da kennengelernt. Genau, den haben wir dort kennengelernt, richtig, richtig cooler Typ. Der kennt übrigens auch den mexikanischen Jay und Aria. Dazu später vielleicht mehr, falls ihr nicht wisst, was das ist. Aber wir hatten ihn mit dabei. Er konnte uns halt so alles verifizieren, weil wir sind ja immer noch in Amerika, kann ja immer noch sein, dass es nicht wirklich das authentische, originale, gute ist. Und wir einfach nur denken, ja, ja, ist nice. Er hat auf jeden Fall auch gesagt, so, nee, Mann, das war auf jeden Fall. Er meinte aber, das war so von der Qualität so 70 Prozent von dem, was geht. Vom Geschmack. Ja, genau, meine ich ja. Das heißt, so 100 Prozent ist nochmal heftiger. Ja, Mann, das heißt, nach Mexiko müssen wir auch gehen. Aber, Bro, wenn 70 Prozent schon so geschmeckt hat. Ja. Also, ich bin schon mit 70 Prozent echt glücklich gewesen. Ja, das war todeslecker. Das war richtig, richtig nice. Da würde ich gerne wissen, was 100 sind. Wenn das dann dort 70 sind, sind es halt hier so 15 oder so 10. Manchmal darf man es eigentlich nicht mal Burrito nennen, was da reinkommt. Also, es wird ja auch sehr oft von irgendwelchen Leuten gemacht, die nicht Mexikaner sind. Was, okay. Aber so, die zusätzlich dann nicht wissen, wie man es. Genau, also, man muss nicht zwingend Mexikaner sein, aber wenn man halt nicht weiß, wie es. Ich meine, es ist jetzt so, darf man etwas nicht verkaufen, nur weil man nicht gut darin ist, so. Ja. Das wäre ein richtig gutes Gesetz. Ich frage mich, ich frage mich, wie viele Leute ihren Job verlieren würden. Nein. So 90 Prozent. Nein, nein, ich rede jetzt nicht von mexikanischem Essen, sondern generell. Das ist eine sehr interessante Frage. Du dürftest nur Sachen verkaufen. Aber dann fängt es schon an, wer bewertet, dass es gut ist und nach welchen Standards und so weiter und so fort. Ja, man sucht sich raus, was das Beste ist und wie nah kommt es daran. Aber da muss man ja alles probieren. Nee, man braucht ein Protokoll von, was sind Aspekte, die so eine Mindesterfüllung erfüllen. Aha, Mindesterfüllung erfüllen. Genau. Und die sind höher als die jetzigen, mindestens. Weil heutzutage ist einfach nur so, solange du niemanden vergiftest, darfst du es ja verkaufen. Genau. Das ist eigentlich... Bitte töte einfach niemanden und dann passt das schon. Das steht da ganz unten, klein gedrückt. Nee, das wäre richtig krass, wenn so... Ja, Mann. Wie könnte man das bewerten? Kann man nicht. Man könnte so Chefköche oder so Connoisseure so zum Beispiel aus... Jetzt, wenn es um mexikanisches Essen geht, aus Mexiko rüberbringen und die bewerten das so. Ja. Zu fünft oder so zu zehnt, damit das so ein bisschen neutraler, breit gefächerter ist. Okay. Und das zieht man so für alles durch. Aber würde das nicht einfach nur dafür sorgen, dass denn so fast niemand irgendwas verkaufen kann? Weil nicht jeder Mensch ist ja gut in etwas. Aber sollte die Person dann etwas verkaufen? Ja, also eigentlich... Also anscheinend ja schon. Also, weil das Ding ist, die Person könnte ja... Ist ja bestimmt in irgendwas anderem... Was wenn nicht? Also, man kann ja gut in etwas sein, aber nicht großartig in etwas sein. Also, ich meine, okay, hier ist das Ding. Gut würde ja schon mal ein sehr guter Beginn sein. Gut würde ja schon mal reichen, wenn wir das Mindestlevel auf gut anheben. Aber was ist denn gut? Und dann gibt es noch außergewöhnlich. Aber... Was habe ich gesagt? Großartig. Ja, großartig. Großartig ist unter außergewöhnlich. Ja, oder? Ja, genau. Sagen wir gut, großartig, außergewöhnlich. Und wir können ja gut es Mindest und dann geht es ja immer noch so viel, viel krasser. Weißt du, was ich meine? Muss ja nicht jeder so Sternekoch sein. Okay. Das wäre ja absurd. Wir können nicht jede Folge über Essen reden. Ich habe wieder Todeshunger. Ja, ich auch. Ich habe vor allem heute noch nichts gegessen. Ja, sorry. Ich glaube, wir müssen hier jetzt schon abbrechen. Weil ohne Spaß, ich meine es wirklich ernst, ich habe richtig Hunger. Ja. Jetzt schon. Ich auch. Und wir nehmen noch ein bisschen auf. Ich wollte ja nochmal auf den mexikanischen Jey und Aria zurückkommen. Ach so, ja, stimmt. Viele von euch hier werden vielleicht nichts davon wissen. Aber irgendwann mal hat mir irgendeine Zuschauerin, glaube ich, so ein Video geschickt von einem YouTube-Video. Und da war erstmal so ein Dude mit Locken und der sah so ein bisschen aus wie Jey. Und dann so, okay, erstmal noch nicht so krass. Zwei Dudes mit Locken. Und dann kam auf einmal so ein Typ, der sah so ein bisschen aus wie ich und hatte Locks. Dann habe ich mir deren Video reingezogen. Und das ist einfach so ein Duo. Die haben einen YouTube-Kanal zusammen. Und das Lustigste war irgendwie, dass die so, das war auf Spanisch. Die sind Mexikaner. Und die haben sich einfach irgendwie so ein bisschen angehört wie wir. Also nicht zwingend von der Stimme, aber irgendwie so die Energie, wie sie geredet haben, wie sie gestikuliert haben. Und dass die halt einfach so dieses Duo sind, die so aussehen ein bisschen wie wir. Und ja, die nennen wir einfach Mexikanisch Dian Aria. Und die sind aber huge in Mexiko oder halt generell im spanisch sprechenden Raum. Und wir haben halt Eddie, Eddie Scabete, den wir in San Diego kennengelernt haben. Der kennt die halt auch. Wir haben ihm davon Bescheid gegeben. Der gibt denen vielleicht Bescheid. Also er kennt die persönlich. Ja, genau. Es ist einfach so, was ist das für ein Paralleluniversum? Ich habe keine Ahnung. Also der Typ mit den Locken, also der eine ähnliche Frisur hat wie ich, der hat auf jeden Fall so ein Schnauzbart. Ja, das ist das Einzige, aber so, was so leicht anders ist. Naja, wir sehen schon trotzdem aus wie andere Menschen. Aber ja, genau, wir sind quasi die gleiche Person. Das Ding ist, wir sind kleiner, also sind wir eigentlich die deutsche Version von denen, oder? Ja, aber die haben halt so viel später, als wir angefangen haben. Ah, ja, dann ist die spanische Version von uns. Deswegen, weißt du, was ich meine? Kann man den Titel aber irgendwie zurückgewinnen irgendwann? Was, dass wir dann die mexikanischen Dian Aria sind? Nee, nee. Das so, also wir können sagen, ah, ihr seid die Version von uns, aber können die nicht, wenn die dadurch, also können die sich nicht den Titel zurückgewinnen, dass die sagen können. Also die können einfach auch anfangen zu sagen, wir sind die Version von denen. Ja. Und weil, weil die mehr Leute erreichen, denken einfach mehr Leute, wir sind die Version von denen. Ja. Und wir sind dann faktisch richtig, aber die Wahrheit ist ja oftmals das, was von mehr Leuten geglaubt wird, oder nicht? Ist das Wahrheit, so, was von mehr Leuten geglaubt wird? Nee, die Wahrheit ist, was tatsächlich ist. Ja. Wenn alle so dachten, Bill Clinton ist nicht fremdgegangen oder sowas, hatte keine Affäre, ist das ja nicht, die macht es ja nicht zur Wahrheit. Aber ich glaube, was mehr Leute denken, wird als Wahrheit angenommen. Ja. Ja, und das ist eher das Problem. Ist das denn so, dass nur weil wir früher mit YouTube angefangen haben? Weil ich meine, die haben ja auch vorher schon existiert, diese Menschen. Ja. Ja, warte, warte. Also erstens, du sagst ja auch nicht so, hey, 50 Cent sieht aus wie Pop Smoke. Oder 50 Cent ist der alte Pop Smoke. Du sagst, wenn überhaupt Pop Smoke ist der neue 50 Cent. Ich sag gar nichts. Ja, okay, du sagst gar nichts, aber Leute sagen das. Okay. Das heißt erstens, wer zuerst gekommen ist. Ja. Klar, du könntest jetzt argumentieren, was du ja versucht hast, aber vielleicht existieren die länger als wir. Ja. Dann wären wir die deutsche Version von denen. Ja. Aber deren Existenz alleine bringt ja nichts. Wie jetzt? Warte, das hört sich so ein bisschen... Also erst ab dem Moment, wo sich ein Jay und ein Arya zusammengeschlossen haben, erst wenn Rick und Morty sich getroffen haben und Draco und Josh sich geeinigt haben, erst ab dann existiert ja dieses Duo. Ach so, ah. Wir reden quasi über die Existenz des Duos und nicht zwingend über die Existenz der einzelnen Komponenten. Weil, wie gesagt, so er einzeln wäre halt einfach so ein Typ mit Locken und einem Schnauzer sogar. Also, weißt du, ich meine, gar nicht so ähnlich. Ja, true. Aber die Kombination, dass er aussieht wie du, der andere so ein bisschen aussieht wie ich und die zusammen einen YouTube-Kanal haben... Haben die zusammen einen YouTube-Kanal? Ja, die haben zusammen einen YouTube-Kanal und da halt einfach so todesähnlich reden wie wir. Ja. Ohne irgendwas zu verstehen, was die sagen. Also, ohne dass ich was verstehe von dem, was die sagen. Ja. Hört das sich für mich sehr ähnlich an, so wie die reden. Würde ich sagen, das macht das ja aus, so weißt du, was ich meine? Okay. Und wir haben uns ja, weil erst als du und ich uns kennengelernt haben, ist so, boom, Jay und Arya existiert. So, was ich schon... Verstehe. Weißt du, was ich meine? Also, warte, ab dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben oder ab dem Punkt, wo wir uns Jay und Arya genannt haben? Also, wir haben uns vorher schon, ich hab mich schon Jay und du hast dich schon Arya genannt, aber so... Aber das Und gab's noch nicht. Theoretisch schon, so, ey, wer ist denn da drüben? Oder so, was für Leute kennst du? Ja, ich kenn Jay und Arya. Bestimmt wurde irgendwer das mal so gefragt, einfach, hey, was für Leute kennst du? Ja, also, ja, okay, verstehe. Leute, die vielleicht mit uns gemeinsam irgendwie befreundet waren. Ist auch egal, okay, das heißt, ab dem Punkt, wo wir uns so genannt haben, wo wir als Duo so aufgetreten sind? Ja. Oder wo wir uns schon kannten? Nee, ich würd sagen, wo wir als Duo aufgetreten sind, weil erst dann haben wir uns ja auch entschieden, wie wir auftreten. Das hat ja noch mehr von Jay und Arya ausgemacht und erzeugt erst. Also, weil bevor wir angefangen haben, in Kameras reinzureden, gab's keine Art und Weise, wie Jay und Arya in die Kamera reinreden würden. Ja, aber Jay und Arya hat ja trotzdem schon existiert, wo wir so zum Beispiel schon an so Kurzfilm-Ideen geschmiert haben. Ja, aber wir standen halt trotzdem, also, die hören sich ja, ich weiß ja nicht, wie die sich anhören, wenn die jetzt ganz normal reden würden. Die hören sich an wie Jay und Arya, wenn die moderieren, so wie wenn wir moderieren. Ja. Das heißt, es geht darum. Hast du jetzt entschieden? Hab ich entschieden. Okay, gut. Dann müssen wir eigentlich nur rausfinden, wann ihr erstes Video hochgeladen wurde. Ja, und das ist, glaube ich, so ein paar Jahre nach uns. Hast du es gesehen? Ich hab mich genau das gefragt, deswegen hab ich das abgecheckt. Okay, okay. Hab gecheckt. Gut. Jedenfalls, dann können wir, falls die jemals behaupten, dass die die spanische Version von uns sind. Nee. Andersrum. Dass wir die deutsche Version von denen sind, können wir denen dieses deutsche Video schicken. Genau. Dass die nicht verstehen. Und dann wird alles richtig gestellt. Genau. Mal gucken, vielleicht gibt's irgendwann das interdimensionale Multiverse Jay und Arya aufeinandertreffen. Genau. Gibt's dann auch mexikanisches Jane und Arya? Bestimmt. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wir suchen die aber noch. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr diesem Podcast noch nicht folgt, dann könnt ihr das gerne tun. Entweder ihr abonniert den YouTube-Kanal oder ihr könnt uns auch auf den Streaming-Plattformen folgen. Spotify, Apple Music und die anderen. Folgt uns auch auf Instagram. Und ansonsten würden wir sagen. How to reason. Peasen. And goodnight San Francisco.